Und das kann auf jeden Fall weg und das brauche ich eigentlich auch nicht mehr, oder? Hey, was soll denn der Scheiß? Was? Warum schmeißt du den ganzen Ramsch vor mein Geschäft? Ich wollte das Geweih da hinten mitnehmen. Was denn für ein Geweih? Ja, das große da, da auf dem Boden. Was hat das mit dem ganzen Müll zu tun? Ja, mein Inventar ist voll. Ich brauche Platz. Und da wirfst du einfach mal drei Kilo Zwiebeln auf die Straße, oder was? Ich kann nichts mehr aufnehmen, verstehst du das nicht? Inventar ist voll. Das ist mir doch scheißegal. Was ist denn da so schleimig? Das müsste das Trollfett sein. Du bringst den ganzen Scheiß woanders hin. Aber Mensch, das sei doch nicht so pingelig. Das ist doch nur ein bisschen Gemüse. Und was ist das da? Hä? Oh mein Gott, was ist das? Das sind Knochen. Sag mal, willst du mich komplett verarschen? Die Schädel sind voll schwer.